Hiho und herzlich willkommen hier zurück bei Tesla Effect. Ja, wo waren wir? Keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Weile mal wieder nicht Tex Murphy begleitet auf seinen Wegen und ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht so wirklich, was das letzte Ding war. Ach, genau, da war, Moment. Da war, ah, ja, 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 diesen Mason Bowers befreien. Und da war hier irgendwas mit Hohlen eines, ähm... Wir müssen hier irgendwas aus irgendeinem Tresor holen. Aus einem Tresor. Was? Könnte sein. Ja, da. Da gab es... Ah, ja, es war ein Tresor... Ah, ja, da. Was? Es war ernsthaft. Das kann man doch aufmachen, oder nicht? Was habe ich hier? Baseballkarten. Sicherheitskarten. Okay. Ähm, das Foto, weiß ich immer noch nicht, was das soll. Karte, Bild. Nö. Ja, das... Irgendwas ist doch mit dem Bild hier, oder? Naja. Gut. Weiß ich noch nicht. Ähm, hm. Verdammt. Verdammt. Dann muss das ja... Hier? Ich bin doch nicht bescheuert. Hier sind doch Baseballkarten. Hier sind doch alle die hier. Was soll das? Hm. Ist hier noch irgendwas, was ich... das Safe braucht zwei additional Karten. Was, was hier drin ist, muss so wichtig sein, dass Mason Bowers... Ah. Ha. Siehst du. Oh. Das muss die Transineroidikation sein. Und es ist nur eine Dose. Ja, das ist aber glaube ich nicht schlimm, wenn wir nämlich dieses eine Ding haben, dann haben wir auch im Prinzip, ja, den Mason gerettet. Und mit dem geretteten Mason, mit einem geretteten Mason können wir ja im Prinzip auch durch den geretteten Mason dann das neue Ding bekommen. Also das neue... Also wir können von ihm ein neues bekommen. So. So. Er kann uns denn ja eins machen. Wenn er will. War hier noch irgendwas? Habe ich irgendwas irgendwo vergessen, eventuell noch, vielleicht? Okay, das sind alles Bilder und Bilder und eine rote Lampe und ein Computer. Und da... Hm. Nothing I can use. Hm. Luckys. Na super. Ähm. Keine Ahnung. Oh. Was? Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. Iiii. Sie haben ein Loch in meinen Schädel gebohrt. Ich war wach und es hat ein... Es hat wirklich sehr geschmerzt. Mhm. Denke ich mir. Obwohl, wenn man wach ist, spürt man doch nichts, oder? War das nicht so? Toll. Ähm. Hm. Also er hat was erzählt von... Wir brauchen... Fax. Fax. Bestroom Season Letter 2. Key needs a value. Bestroom... Was ist das hier schon? Keine Ahnung. Hä? Warum ist das Hör unterstrichen? Und was... Was ist das mit diesem... Bestroom? Verstehe ich nicht. Meine ich nicht. Okay. Ah, da haben wir noch... Das Laserschwert. Was will ich mit dem Laserschwert? This laser blade can help me free Mason Bowers from Seysen. Ah, okay. Ja, und das ist dann dieses... Das ist das mit dem Laserschwert. Das ist das mit dem Laserschwert. Das ist das mit dem Laserschwert. Und es ist nur eine Dosage für eine Person. Wenn ich das mit Mason benutze, dann kannst du mir vielleicht sagen, wo mehr Serum ist. Sag ich doch, hab ich doch eben noch gesagt. Siehste, und genau so ist es. Was ist, hab ich noch eine Karte? Aha! Na, dann haben wir doch alles. Ich denke, wir können Mason befreien. Dann machen wir das. Hoffe ich. Oh, puh. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal durch diese ganzen Horden durch. Äh, Seysen. Ah, nein. Mason, wie geht's dir heute? Wie geht's alles hier in der Kampen? Eee. Vier Club, Vier Club, Vier Club, Mason. Komm, 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 wake up. Komm, komm, nicht so dumm und dumm. Bitte, Mason, wake up. So, ja, das ist es. Komm, komm, komm. Tex, wo sind wir? Okay, ich bin überrascht, dass es jetzt so schnell geht. Na, super. Ähm, hm. Schade. Fangen Sie an zu sprechen. Klartext, schnell bewegen. Ich würde sagen, ja, eigentlich sollte man ja erstmal abhauen, aber... Nö. Klar. Klartext. Äh, ja, genau. Oh, Klartext, oh cool. Ähm, hm. Brought you back from Zombieland. These guys wiped your memory. No, they didn't. I did. What? What? Uh, why the hell would you do that? Oh, God. Now they can find out everything I know. How could you do this? Oh, well, maybe because I want my memory back. Your friend said you're the only one who could help. My friend? Yeah, the one who came for the cryo chamber. So he has it. The cryo chamber's safe? Yes, he has it. So where do we get more serum? There was only one dose and you're safe. And what the hell's in my trance key? Margaret injected you. She's the only one who could have helped you. Yeah, and she's dead. And I'm pretty sure her head was the main ingredient in that soup can of yours. Why'd you cut off her head? I didn't. It was Maldonado. I don't think I could have done it. Oh. Yeah, well, don't mince words. Because it was your idea. Margaret double-crossed us. She came up with her own plan, but I think we stopped her before she could give it to the translator. Well, you don't come across as totally insane. She knew things, but she'd given up her. However, some of us still believe. It wasn't fair for her to take those things to the grave. And I have the technology to tap what's inside her memories. Oh, God. Even after death. Well, I stand corrected. You are insane. Uh-oh. You were in on it with us. We were all looking for the Tesla egg. But you're the one who found it in the wall of your apartment. I was still working from the inside, letting you all know what the translator was doing. By then, Margaret had stolen the egg and disappeared. I was afraid she'd switch sides, so I heard Maldonado do Sveilence on the Ritz, hoping she'd show up. Yeah, and she did. She and that big mutant came by and injected me. I caught up to her at the door of her apartment. All I wanted to do was talk, but she clutched her chest and collapsed. Dead before she hit the floor. Decapitation was the last resort. So when does the abduction come in? I called Maldonado just when the translator's henchman arrived. Maldonado brought the cryo chamber while I created a diversion. While they were chasing me, he did the deed. Then I used the transinducer on myself. And we'll rendezvous with my friend. We've got to find that egg before the translator does. All right, but let's swing by and get your wife, too, because you've been worried sick about you. My wife? I don't have a wife. Very good, Tex. You're continually impressed. The cryo chamber, it'll hold your answers. Don't let him find it. Jo, spring. Wupp, wupp. Das dürfte auch vermeintlich wehgetan haben. Oh, oh. Wer ist denn der jetzt schon wieder? Oh, oh. Welcome back, Tex. You certainly have a gift for making things interesting. Yeah, it's a gift that just keeps on giving. I assume you have no idea who we are. Is that you, BZ? I want you to save some time here. I have no memory of you or anything else since this bastard here shot me and my girlfriend seven years ago. Yes. Margaret made sure of that, didn't she? Willing to die just to keep you out of the equation, undermining me at every turn right up until the end. I need to know one thing. Did you kill Chelsea? You could say that. Don't move. It's a long story, Tex. Maybe some other time. Just tell me what happened to Chelsea. Uh-oh. Dalton, would you please answer Tex's question? My pleasure. We'd stolen your speeder, of course. After I sedated you and Chelsea, you were taken to a place where we could search your memories for leads to Margaret Leonard's whereabouts. When that failed, I staged Chelsea's death, attempting to draw Leonard out of hiding. We left identifiable DNA inside your burned-out speeder. Which, incidentally, was uninsured. Leonard didn't fall for it, unfortunately. Eventually, we let Chelsea go, and I never saw her again. This was all before I returned. I've never seen Chelsea. I haven't seen her either, as far as you know. Genau. Wer sind sie? Wer ist das? Chelsea und Margaret? Was? Ja, okay. Eben reden sie noch davon, getötet, und dann auf einmal doch nicht, oder was? Also, xx. Wer sind sie? And you are? I am the translator. Ah. Das ist meine Mission und mein Bestimmungsmöglichkeiten. Ich denke, das macht eine Million und zwei Fragen. Alles wäre viel einfacher, wenn du nur meine Erinnerung aufbauen würdest. Ich würde, wenn ich konnte, Tex. Aber, Marger hat deine Trance-Key in ihr Grave genommen. Ich glaube, dass ich auf deinem Seite bin, was hier passiert ist? Das stimmt. Wir sind alle zusammen. Wir sind alle zusammen. Wir sind zusammen mit einem gemeinsamen Ziel. Es war ein Ziel, Marger und ich mit mir zu vergleichen. Aber sie hat keine Hoffnung. Nachdem ich sterbe. Du ist Johan Hansen? Das ist seine Frau? Die Agenten von der FBI, die in die Tesla hat? Ich bin. Und ich habe das gemacht. Aber wenn ich gelernt, was wir von Tesla haben, und sie in den Häusern, was die Technologien hervorragend hat, was sie zu tun? Das ist mein Geheimnis. Das ist mein Geheimnis. Das ist mein Geheimnis. Ich habe kein Zeitpunkt. Also, wir haben entschieden, dass ich in einer Kreogenik-State in einem Kreogenik-State. Jetzt bist du hier wieder жив. Wer ist derjenige, der dich zurückgebracht hat? Margaret hat verabschiedet. Sie hat gesagt, es war noch nicht sicher. Ich versuchte, sie zu pressen, und sie hat geschehen. Im Endeffekt war es Mason, der die Reanimation hat. Was war das? Indescribbar. Du hast dich gar nicht gesehen, Junge. Du hast... ...kryogenisch. Ja, 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 ja. Ja, genau. Ja, genau. Du hast dich gegen dich. Margaret kann sehr versuchten. Ich glaube, sie hat Mason verabschiedet, dass meine Arbeit... ... zu risk. Aber sie hat nicht verabschiedet, Jutex. Ich bin ein bisschen verabschiedet. Warum brauchst du mich? Margaret hat eine letzte Sache von dem Puzzle. Das Tezla-Egg. Das ist der Nucleus des Atom. Das ist der Nucleus des Atom. Without it, das Spirit Radio hat keinen Vorteil. Aber mit dem, das Gehirn zwischen dem Leben und dem Tod wird verabschiedet. Und wir werden alle existieren in der Immortal-Koil. Wir haben Arbeit zu machen. Du bist bereit, Tex. Diese Leute müssen mich spielen eine Art von mir. Das muss ich sein, eine Art von einer Art. Tex? Und weiter geht es. Also, ganz ehrlich, Tag 7. Wunderbar. Wenn Tesla so doof gewesen wäre, wie dieser... The Talking Dead. Na toll. Oder... Lost in Translations. Hey, geil! Zwei super Titel. Wobei Lost in Translations ist der Hammer-Film. Oh, okay. Noch ein bisschen schwätzen. Dann erzähl ich was. Das war's. Das war's. Ich glaube, Sie seem unterwhelmed, and that's not good. You know the story of Tunguska? Yeah. If you believe, as many do, that the Tunguska explosion was caused by the Tesla death ray, and you believe that the Tesla egg is a core component of the death ray, then the egg would be of immense fortune. Tell me. What do you believe, Mr. Murphy? I believe you know a lot more than you're telling me. Are you familiar with Paradise Lost? Isn't that one of those resorts for swingers? Yeah, genau. Paradise Lost is a poem about the great divide in heaven when Lucifer was cast out. After his banishment, Lucifer swore revenge and created an army of his own. He and his followers waited in darkness for their chance to strike back at the god who cast them out. After a three-day battle against the faithful angels, the forces of evil were banished from heaven for all eternity. Well, I like it when the good guys win. Yes. But what if the war were not over? What if Lucifer had not been defeated but lay in wait, preparing for his chance to overthrow heaven? Well, debating hypothetical fairytale is a little nerdy for me. Look at the world around you. Did heaven win the battle? Man has created hell on earth. And the longer man exists, the further he descends from the wisdom and discernment needed to overcome the darkness. Das sag ich auch immer. At his core he is a grasping, chloring, foolish creature. Yep. Will to commit any sin to a piece his base and greedy nature. Genau. Das dümmste etwas ist der Mensch. Oh my God. Oh no, nishti. No, my dear. Entirely the wrong egg. An interesting trinket to be sure, but not the egg I'm searching for. Well, if it isn't Ariel Bowers. You know, I hope I pronounced that correctly because Bowers doesn't have a wife. Great work, detective. How long did that take to figure out? Not long. After Bowers told me. I have to confess, I haven't been totally honest with you on some things. Just some? I didn't know who you were when you first interrupted my own search of Bowers' place. And what were you doing there? I work for an organization you wouldn't have heard of. We're based out of St. Petersburg. Florida. Russia. How about you? I don't work for anyone. Just the greater good. And my own little passions, of course. Ariel and I have crossed paths on several occasions. This time we seem to have some objectives in common, and so we pooled our resources. Yeah, I'm well familiar with Ariel's resources. How common are your objectives and mine? That depends. You're the kind of man who lets innocent people die? Not normally, no. You've heard of the Tesla Legacy Society. At one time, it had a membership of hundreds. After Charles Johansson died, the numbers dwindled. Some time ago, all those people vanished without a trace. I'd hoped to find some answers from Bowers. Oh, I got news for you. He's not dead. He's back. He's the translator, I presume. The one building the immortal coil. You say you like it when the good guys win? You plan on doing anything about that? Oh, sure. Leave it to me, as always. What are you two gonna do about it? This is not my battle to fight. He knows me. I won't be able to get close to him like you can. You shall have to find the test the reg first. Of course. Great. I didn't even think of that. Well, if you don't have any more helpful tips... Until we meet again, Mr. Murphy. And something tells me we will. Until next time. Iiiiiiiiihihi Ekeligen, ranzigen Altkuss. Waaah. Bah. Oh, oh. Schon wieder ein neuer Platz. Well, if it isn't Dudley Do Right caught me red-handed. Ah, da ist sie schon wieder. Wäh! Die kommt nicht aus St. Petersburg, die kommt aus St. Faltenburg. Und eins möchte ich noch gesagt haben. Das hat mich ja jetzt die ganze Zeit vorne unterbrochen. Und das werde ich in dieser Folge auch tatsächlich noch tun, auch wenn die jetzt wieder ein bisschen länger wird. Folgende Situation. Tesla war nie so bekloppt wie dieser angebliche Übersetzer, der glaubt, er könnte Teslas Werk vollenden. Denn wäre das so gewesen, hätte es nie einen Tesla gegeben. Schluss, aus, ganz einfach. Ja, so, Tesla war ein cleveres kleines Bürchen, ja, und dieser Depp da, dieser Vollidiot mit dieser Halbmaske auf der Fresse. Ne? Ja, wenn er so clever ist, braucht er so einen Scheiß nicht zu tragen. So, und jetzt haben wir das geklärt und jetzt können wir endlich hier weiter machen, um da die Folge auch mal zum Abschluss zu bringen. Die ist nämlich schon sehr lang. Das falsche Zeichen-Drink-Film, ja, das finde ich gut. Und wenn es nicht Natasha Vitale ist, dann haben Sie und Boris Barinov sicherlich einen schnellen Teil auf mich. St. Germain ist nicht Teil davon. Er ist ein Kollektor, der schaut für das Fabergé-Eggen. Und ein Agentor, der schaut, um den Translator zu infiltrieren. Oh Gott. Wer, wer, also, ich dachte, die, das... Doch, dann ist die doch. Ach, als ehrlich, ich blicke jetzt hier gar nicht mehr durch. Die Wahrheit. Neue Karriere? Okay, und jetzt geht's los. Glauben haben, Boden ruhig, angeben. Er hat aber keine Faltencreme für dich. Nein. Und er kann auch nicht deine komischen verpickelten... Äh, äh, hier. Es ist... Nein, dann... Äh, äh. Und guck mal, hier, da, da, da. Äh, äh. Lieb. Was? Ehrliche Frage? Was ist mit dir? Eine ehrliche Frage. Was ist es, was du denkst, wir können uns für uns? Ich meine... Ähnlich als das Obvious. Das ist, warum wir hier zusammenkommen. Oh, 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 nein, 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 bitte nicht. Nein, nein. Oh, äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Nein, 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 bitte nicht. Nein. Das ist vielleicht das wahrste, was du mir gesagt hast. Es ist eine röhe Welt draußen. Any of us could be dead tomorrow. I live in the moment. And right now, I want that moment to be with you. I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Nimm doch einfach ein Fensterleder. Mein Gott, das ist genauso faltig. Aber das quasselt wenigstens nicht. Baaah! I could resist a pretty little liar, but a sexy sorceress too. We such tall tales may have just hit my weak spot. I look forward to hitting all your weak spots. I've got something more comfortable to wear. Nein, 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 bitte nicht zeigen. Nein, 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 bloß nicht. Oh Gott, bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ähm. Okay, jetzt wird's ein bisschen lang. Und, ähm, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie alles in ein Ding packen kann. Vielleicht werde ich die Folge nachher doch halbieren müssen irgendwie. Ich werde mal gucken. Okay, ich werde es einfach mal weiter machen und dann schauen wir mal was. Täters Ehrlichkeit bewundern, wedet Chelsea? Wieso wedet Chelsea? Was? Ach so. Okay, machen wir mal so. Und wer ist das? Äh, was? Was? Weiter lügen? Stein, der vom Herzen fällt, Taylor wird... Ähm... Ich würde sagen, weiter lügen. Genau. Oh nein! Nein, das war die falsche Antwort. So, wer war das? Oh mein Gott, jetzt ist aber gut, ehrlich. Endlich zusammen. Abschied, alte Bekanntschaft. Alte Bekanntschaft. Ah, das ist nur jemand, den ich wusste. Ich habe gehört, was du gesagt hast, knutterer Junge. Willst du ein paar Tipps? Nicht deine Glück. Du wirst nicht eine gute Sache wissen, wenn du es hast, hast du? Ja, dass die ihn natürlich jetzt nicht rausschmeißt, ist ja klar, ne? Das ist nicht so schlecht, wirklich. Es gibt viele andere Fische in der Seine, die nur warten, um mich zu retten zu retten. Die gute Neuze ist, dass ich ohne weitere Distraktion auf meine Falle fokussieren kann. Ich bekomme einen Telefon von Archie, der sagt, er hat einen Lied für mich und ich würde sofort zurückkommen. Warum ist hier ein Bildschirm? Hallo? Ja, dann können wir ja eigentlich genau hier jetzt mal den Cut machen. Dann ist die Folge sehr lang, aber egal. Lassen wir es, dann machen wir das so und ja, nächsten Tag besuchen wir den Archie, oder? Ja, so könnten wir das eigentlich handhaben. Ja, genau so machen wir das auch. Hier machen wir den Cut und dann gehen wir rüber zur Archie. Ja, und ähm... Tex, ehrlich. Nimm ein Fensterleder. Das ist ruhig und aufranzig und faltig. Meine letzten Worte. Sorry, ich kann nicht anders. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich tschau. Tschau. Tschau, tschau. 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 Tschau.